Ja, hallo Lisa, Schatz. Du hast doch neulich so rumgelästert, dass die Tanja vom Büro so auf mich steht, ne? Ja, und jetzt stand die tatsächlich letzte Nacht vor meiner Tür und leider... Das sollte doch nur ein Witz sein. Scheiße. Du fehlst! Handy ohne Akku ist wie Gewerkschaft ohne dich. IG BCE. ARD Text im Auftrag von Funk